Jetzt ist sie dran, das ist mein Kill, Baby! Mein Kill! Schon wieder zerstört! Jetzt wird gepopst vom Allerfeind! Jetzt du bist scheiße, Lever, Schatz! Wir wollen einfach weiter! Los, raus! Wir wollen einfach weiter! Los, raus! Wir wollen einfach weiter! Jetzt haben wir hier! Und alle stehen auf! Und tanzen! So, raus auf! Gleich geht's aus! Gleich geht's aus! Doch, doch, doch! Wir werden besser, glaub mal! Also ich, ich spüre es in mir! Ich direkt! Ich wäre besser! Bei dir, Füße, habe ich jetzt noch keine Veränderung gesehen! Ich finde, das Problem ist einfach, dass man fehlt, so häufig die AK findet, am Anfang! Das einzige, was du in dir spürst, ist der Annaldildo, ey! Ja, warte mal ganz kurz, ich habe hier ein bisschen... Warte mal, ähm... Ja, dein Sohn beleidigt mich hier gerade, aber kannst du mal in die andere Ecke bitte rüber gehen? Vielleicht schalt's da weniger? Kannst du dich mal dorthin stellen, bitte? Ja, bleib mal, bleib mal dorthin stehen! Ja, genau! Ist ein bisschen besser geworden? Ich muss mal Füßes Mamm umstellen! Direkt in ihren Arsch geschossen haben mit dem Brandpfeil! So! Und jetzt ist sie dran, das ist mein Kill, Baby! Mein Kill! Schon wieder zerstört! Jetzt wird gepumpt vom Allerfeinsten hier! So! Wollte ich nochmal anmelden! Also aufwärmfassen beendet, ja? Ja! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So! Oh, halt, da ist schwerer in dem Rohr, der ist ja gar nicht! Schon schön! Ja, ja, auf jeden! Kommt der Guter hätte mal das wieder raus! Oh, aber jetzt, Herr Junge! Oh, da brennt sie schon wieder! Von wem wohl? Und wieder zerstört! Was? 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 Puh! Puh, push Ey! What f**k! Lass den Push! Ein Bush am Berg ist auch keine geile Tarnung! Doch! Hook dich einfach hin! Das sieht ja mal super geil aus. Ein Busch am Berg. Man kommt davon, dass man sich drei Jahre nicht rasiert. Halt die Schnauze, ich brauch ne Waffe. Ich brauch echt ne Pistel. Einmal die Hose aufgemacht, ey. Da spricht aber jemand aus Erfahrung. Warte mal kurz, warte mal. Warte, ich mach den Wurm. Da ist, da ist... Warte. Ist das Spiel verboten. Alter. 99%, ey wirklich so Mikro... Mikro... Hier Sachsen schreibt Mikro... Quadratmillimeter. Fehlt hier wieder. Könnt ich blöd werden. Bepflanze 60% jedes der vier Felder sind die Voraussetzung. Bepflanze 95% jedes der vier Felder. Die 99 hätten gereicht auf dem ersten. Bepflanze 90% jedes der vier Ver-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor. Ich bin noch da, ich höre dir zu, was ist los, mein Junge? Was ist los, ich hab gesagt, reich, ich schlieb! Was schrie ich so, ich schweig, schweig! Entschuldigung! Was? Was? Ich bin schwummrig! Und in einer vernünftigen Art und Weise und bisher höchlich und nett. Aber es gibt dann ja auch so Leute wie Felix, die nur Stress machen und dumme Kommentare ballern. Da sollen wir doch in den 60er nichts von Autorität erzählen. Was liefst du da? Ich hab mit meinem imaginären Teddybär geredet. Jetzt komm doch mal bitte jetzt Scholli! Meine Kumpel! Weißt du was? Frissi? Ja. Sollst du dir was sagen? Was denn? Ich mach jetzt die Scholli-Slaverschafts. Du bist raus! Gut. Du bist raus! Gut. Ich hab jetzt rausgelegt! Das ist's! It's done, mein Freund. Ein guter Zeit! Das war's! Ein guter Zeit! Have fun! See you later! naja, der Karton kommt jetzt, so, das ist ja, übrigens, ich bin 1,80 Meter, warte, ich steh mich kurz hin, warte, 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 was war, aber nur, aber nur in der rechten Hand, da ist genug Rezeps, Junge, hier, guck sie an, wie lang brauchst du noch, circa, da mache ich mir was zu essen, Kurt, das ist unglaublich, die ist nur am Fressen, die ist nur am Fressen, ey, ich hab's eben gesagt, die packt sich noch einen Kuchen, das war eine Torte, hast du gesagt, nur dabei Leberkässe, die kriegst du noch hin in 10 Minuten, ach, das krieg ich und 2 hin, ja, die 2 hast du Dicke, ich bin gleich wieder da, bin wieder da, das ist jetzt eine schöne Leberkisse gemacht, ja, sag mal, du musst, so viel wie du frisst, musst du doch fett sein, das ist Auslegungssache, was ist Auslegungssache, ob ich fett bin, also so Pariser Models würde sagen, ja, ja, aber die sind ja auch, aber die sind ja auch ekelhaft, wo der Black sagt, fette Zau, was, ne, ich muss jetzt erstmal essen, ja, es kommt auch immer drauf an, aber Vanessa, es kommt jetzt auch immer drauf an, von den 61 Kilo, wie viel ist da Bietzenmasse, ne, wie viel ist da von Oberweite und das andere, ne, ja, ich sag ja Bietzenmasse, ja, das ist bei mir ausgeprägt, Bietzenmasse ist ausgeprägt, ist sehr ausgeprägt, ach, Halsmaul, das kannst du doch nicht sagen, bist du verrückt, aber wie sie zu sexueller Schwungmasse gehören keine Teenie-Titten? Meine Teenie-Titten, ja, die sind straff und geil, wenn ich jedes Mal sehe, wie du auf Gamescom schon draufgeist beim Frühstück, könnte ich da eh eine klatschen, ich fühl mich da echt ein bisschen unwohl von rechts. Als ob! Müssling, ey. Soll ich mal von den letzten zwei Jahren die ganzen Cosplay-Fotos raussuchen, wo du dich reingedrängt hast, immer? Reingedrängt? Mach doch mal ein Foto jetzt von mir, mach doch jetzt mal ein Foto! Tu das doch jetzt mal! Komm, hier hast du 10 Euro! Tu das jetzt mal! Zwei Dachlatten? Oh, Vorsicht, ich falle! Vorsicht, stopp, stopp! Loll! Ja, ich sag mal so, meine Oma ist mit aufgewacht, in die Munden hau es weiter. Ist doch keine Angst! Ich drück, Junge, der EGW hängt nach Luft! Warte! Bremse! 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 Ich bremse schon! Lecker! Meo Mochacho! Du ist gut! Foto abzunehmen, hartbremse rein, Abnahme! Warte, der muss ans Wasser, hatte ich gedacht! Der Final Countdown! Der Final Countdown! Drei! Du sie drei! Zwei! Eins! Null! Ich muss kacken! Warte mal! Ich schwere mal ein bisschen das Holz... ...über die Strahle... ...über die Straße schmeißen müssen! Genau! Mach' bitte langsam, wenn du hochkommst dann, gell? Ja, ein paar Sekunden später. Tja. Mach bitte. Oh, Molly. Alles Guck, ich bin da, ich bin da. Das ist du krass. Ey, Tom, sag mal, gibt es eine neue MAP-Version? Ja. Ey, ist die drauf? Nein. Und zum Download, wann soll die MAP mal kommen? Ist da was geplant? Einfach mal gesagt, wenn bei mir die 1.000 Abos voll sind. Das ist ein Schlinge, ey, das ist jetzt geil. Also Leute, wenn bei mir die 100.000 voll sind, dann gibt es die neue MAP bei Tom. Haut mal rein hier, ne? Ganz kurz, mich hat hier einer in die Baustelle reingerammt. Alter, was ist mit dem nicht richtig? Alter, was sagst du? Dieser Pisser. Dieser Pisser in der blauen Karre, der kommt nicht raus. Ich werde ihn eine vor den Frack hauen. Komm raus, Junge! Mr. Bundeswehr, Mr. Meining, warten auf dich. Ja, ich komme nicht raus. Weil der mir unter die Karre gefahren ist. Hör doch mal auf. Tu dich immer so, als ob du übelst produktiv wärst. Boah, wenn wir jetzt das extra... Der ist weg! Der ist weg! Der hat Scheife abgehauen! Fahrerflug! Der Nächste! Den hat einer gebannt. Wegen Drolling. Wetten? Ach, nur so. Ich weiß nicht, mit dem LKW stimmt was nicht. Heißt? Weiß ich noch nicht genau. LKW ist irgendwas sehr verdächtig. Der hat wieder das Fass daneben gestellt. Jetzt kriegst du aber echt schlechte Laune, ne? Jetzt kriegst du echt schlechte Laune. Du machst das Fass jetzt da rein. Welches Fass denn? Ich hab das abgestellt. Das muss doch gewaschen werden. Jetzt mal ohne Scheiß, oder nicht? Mach! Ich war's. So, aber jetzt mal ohne Scheiß, Manus. Ich dachte ehrlich, wir machen die Geräte dann auch sauber jetzt. Nicht daneben abstellen und ich dachte, sondern abstellen, sauber machen, einparken. Das wäre richtig. Und nicht abstellen und sagen, ich dachte, wir machen das dann noch sauber. Siehste, das ist ein Mehrerdeckel. Schütt noch nicht los. Das ist ein Deckel. Da ist ein, wie beschreib ich das am besten? So ein kleines Ölkännchen ist da drauf. Ich hab hier eins mit einem Wassersymbol. Nee, der schützt dir nichts rein, Günter. Günter, 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 wenn du es da rein schützt, säufst du die restlichen 59,8 Liter aus. Günter. Manni? Günter. Manni? Günter. Es tut mir leid. Günter. Ist nur ein gut Schwab da rübergegangen. Oh, Ölkännchen, da sehe ich's. Machst du mal wieder an, bitte? Warte, mach mal ein. Aus. Ein. Aus. Ja, kannst du auch so lassen. Shit, 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 shit. Scheiße. Nein, 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 nein Ich seh's gerade. Lollens, was weißes Schneidwerk geschaut hat. Sag mal, Füßi, hast du jetzt das Schneidwerk zurückgesetzt? Ja, aber wenn du schon hier rumstehst, dann tank mich wenigstens ab. Ja, kannst du kein Meter vorfahren? Ich fass es nicht. Also, das ist an Dummheit nicht mehr zu überraschen. Also, Füßi, dass deine Lehrer alle im betreuten Wohnsinn jetzt von früher, ey, ohne Scheiß, ne? Das ist ja nicht normal, das ist ja einfach nicht normal. Oh, Gewicht, 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 wo steht's Gewicht? Oh, es ist Schasse, es im Dunkeln zu spielen, ne? Es ist für mich ein Albtraum. Ja. Weil ich so einen Huren so auf den Mund gehauen hier, Bildschirme hab, ey. Das Ding ist echt zum Kotzen. Wo ist das verfickte Gewicht jetzt, ey? Das ist eigentlich genau der Schneidwerk, wo der Gruppe auch stand. Na, was? Es gibt hier kein Gewicht, ey. Wovon anstehen sind auf dem Hof, deswegen. Hier steht's, neben der Ausfahrt. Wir haben es gebaut. Ich glaub, du kannst gleich nochmal von vorne anfangen. Der ist abgefallen. Stehen bleiben. Aussteigen. Was ist umgefallen? Ja, guck doch hinten in alle. In welcher? Sag ich dir nicht. Ich will, dass du dich selbst überraschst. Seid ihr da, wo es hin soll? Ja. Habt ihr verarscht. Das ist wie mit so einem Geilkind hier, ey. Jetzt legt's bei dir? Gott sei Dank. Endlich legt's bei dem auch mal. Boah, ich bin so froh, ne? Das ist jetzt nicht der Einzige. Was legt's? Ja. Yes. Aber wir sind die legt's fast weg. Oh, jetzt legt's bei mir aber wieder. Ich hoffe, der Virus ist auf dich übergesprungen, ey. Das wär, das wär eine Genugtuung, alter. Das wär cool, ey. Ey, der pinkt jetzt hoch auf 1000. Ja! Endlich! Und knallrot, alter. Endlich! Ey, Günder! Äh, Günder! Ach, nee. Günder! Was denn? Günder, siehst du die Baumstämme, die du hinter dir herziehst? Oh, jetzt. Das ist ja nie passiert. Günder, das ist doch nicht dein Ernst. Und da gehst du, da besitzt du die Unglaubliche, Dreistigkeit und Frechheit da noch zu werden. Schicke denen doch mal, zeichne denen doch mal, wie du arbeitest. Und da fragst du die nochmal, ob du immer noch mehr Geld fördern kannst. Warte. Okay, warte halt nicht. Was machst du, Spasti? Ja, eigentlich wollte ich dir das Ding wegschieben. Blöder Pisser! Manus, komm mal eben in den Drescher, bitte. Oh, nö. Ja, warte, Moment. Ja. Was? Check mal aus. Du bist ausgestiegen? Ja. Machen wir das Tor auf. So eine Laberbacke, ne? Immer wenn ich auf den Gamescom komme, der umarmt mich und alles mögliche. Schenk dir ein Teddy. Oh, der Scheiß, ey. Es ist mir leider körperlich nicht möglich, mit der Länge meiner Arme einmal um mich rumzugreifen. Halt die Klappe, ey. Von daher heißt das mit dem Umarmen, kann ich das beweislich, also kann ich das widerlegen, dass das nicht möglich ist. Oh, 135 PS, aber ich sag dir, der hat Drehmoment, ey, und das ist das, was entscheidend ist. Drehmoment, Junge. Es muss drehen, und zwar im Moment, und da, wo es drauf ankommt. Und dann geht die Luzi ab, ne? Deswegen heißt das ja Drehmoment. Es muss drehen, und zwar im Moment. Ja, klar. Es muss genau in dem Moment ordentlich drehen, und dann brennen die Mietz ganz laut, weißt du, wie? Dann macht die Klappe, miau, 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 miau. Und dann geht die fester. So, was wir jetzt machen. Ah, ich hab den Dings gefunden. Bleiben wir mal hier beim Obst Gemüse, dann haben wir... Was ist das? Was ist das? Du machst da immer so ein Dings davon, so ein Dip. Avocado, würde ich sagen, ist das hier Avocado. Absolut widerlich. Geil. Eke. So. Es ist halt auch geil, wie der Abbruchrohr bei der Radio hat, ne? Oh, was für ein guter Übergang. DJ Laut Leise, Will Space Nick, hat gerade den Übergang des Jahrtausends gemixt. Habt ihr das mitgekriegt? Das war der Hammer, ey. Ja, gut, was ist zwei? So, und hier, guck, der Anhänger. Ja. So, wie er hier steht. Das war ich nicht, den hab ich nie gesagt. Komm mal her, komm mal her. Komm, ein bisschen näher. Was hab ich dir gesagt über die Anhänger? So, jetzt geht der Gras. Aber mach mich nicht ins Gesicht. Jetzt geht der Gras mit. 24 Euro hat die Havanna gekostet. Also, mit der Havanna zusammen, was hat das alles gekostet? Und derjenige, und jetzt hört zu, der das richtig hat, der am nächsten dran ist. Der, der am nächsten dran ist. Der darf das alles bezahlen. Das ist kein Scheiß. Wirklich. Trotzdem ist es halt sehr schwer. Das war halt nicht, Nils. Comparative. In der Zone. Der Mann, du Sonntag, das ist ein Zielgeraden, das war Rückkehrsfahren, war ja die Box. Dafür wäre aber eine Disqualifikation hier an. Der Teddy ist noch vor uns, und naja, wir schauen jetzt mal, wie der Start läuft. Und ich hoffe einfach, dass wir nicht rausgerannt werden am Anfang, dass wir ein gutes Rennen fahren können. Und dass wir irgendwie durchkommen. Ich bin wirklich gespannt. Du hast doch voll abgekühlt, du hast doch jetzt schon eine Strahlung. Oh, leck! Oh, nein! Oh, nein! Was hattest du bitte vor, ey? Ich werde zu spät gebremst wieder. Ja. Du bist innen reingestochen und dann geradeaus gegen die Wand gefahren. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho egal was ich mache dieses blöde teil ist immer verkehrt rum ja wie sie man basic schlüsse basic ist das für mich absolut basic jetzt gerade ein kollege gecrasht es kann natürlich sein absolute frechheit 99 und 90 cent die gurke wir hätten eigentlich drei gekauft wir haben nur zwei gekauft ich darf nicht mehr alter was geht denn hier für eine party der einzige der hier glänzt ist mannus und zwar mit fachwissen exzellenten gameplay ja ups ok boah leck mich am arsch Oh Alter! Direkt abgewandt! Jetzt haben sie auf jeden Fall mit einem Rucksack geklaut. Du hältst die Schnauze, Alter! Ich arbeite dran, ich arbeite dran! Das sind so Quetschis, so Fruchtquetschis, das ist für die Kleine, die isst sie ganz gerne. Dann, du! Prost! Es ist nur wegen der Prost! Hier mit unseren Kräutern! Ein Kräutertipp? Nein! Ein Kräutertipp! Nein, hier so ein Kräutertipp! Chips! Nicht gut, aber lecker! Bäh! Ach, leck mich am Arsch, ey! Vielen Dank fürs Zuschauen! Lass das Däumchen da, oder auch nicht! Denn ich weiß, diese Folge war sehr einseitig, aber... Vielleicht hat's ja was gebracht! Bis jetzt, ja leider noch nicht! In diesem Sinne, lass das Däumchen da! Tschüss! Tschüss! Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018